Hallo, da bin ich wieder, TJ, bei einer neuen Aufnahme. Ich hab's jetzt kurz etwas... Oh, das war geschickt. Ich hab's jetzt kurz etwas wieder angespielt. Bin jetzt hier irgendwo reingegangen in die Rotadlerschanze. Ich meine, ich hätte das alles schon hier gemacht, aber irgendwie anscheinend doch nicht. Ich lasse euch einfach mit daran teilnehmen, wenn ich jetzt hier absolut schlecht bin. Verzeiht es mir bitte, wie gesagt. Ich hab jetzt tatsächlich drei oder vier Wochen kein Skyrim gespielt. Weiß man so gerade noch, wie da die einzelnen Funktionen da oben sind welche. Moment, die müssen wir erstmal eben erwischen. Den kann Lydia machen. Boah, der sterbt endlich. Halt, stopp, hier geblieben. Oh, geschworenen Funktionen. Ja, den kann der Köter machen. Der nervt mich sowieso schon in der ganze Zeit. Der hat mich schon fast ein paar Mal irgendwo runtergeschmissen. Oh, Adapt. Okay, also Schlossknacken hab ich jetzt auch immer fleißig gemacht. Mal gucken, was ich davon noch kann. Ich hab auf jeden Fall einige Dietriche übrig. Boah, das ist ja auch nicht besonders gut drin. Aber ihr sollt ja auch was zu lachen haben. Schließlich sollen diese Videos, die ich mache, andere liebend gern unterhalten. Wollte ich mich drüber freuen. Und ich denke mir wohl, das wird noch lustig. Verdammt. Ah, ich hab's doch gleich. Nein. Oh komm, das kann man nicht angehen. Oh. Hallo? Bewegt sich hier gar nichts mehr? Äh. Ha! Yes. Äh, nehm ich, ich hoffe... Oh, 360 muss Lydia doch eben, glaube ich, nochmal was geben. Lydia! Oh, Hund, geh weg, du nervst. Lydia, stopp, stopp, stopp. Wo bist du? Also, ich hatte zwischenzeitlich... Ich gebe euch Deckung. Ja, kann ich ja schon mal erzählen. Ich hatte zwischendurch schon ein Pferd. Das hat eine Weile gehalten. Aber anscheinend ist es jetzt irgendwie weg. Ob nun bei einer Schlacht, ohne dass ich's gemerkt habe. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Lydia war zwischendurch auch schon mal weg. Da hab ich einfach neu geladen. Oh, die hat schon Drachenknochen. Okay. Wie viel kannst du denn noch tragen? Noch ein bisschen, ne? Ähm, Lydia hatte ich zwischendurch auch schon mal dadurch verloren. Den kannst du nehmen. Ähm. Habe ich neu geladen, weil jetzt mir irgendwie einen neuen Begleiter suchen wollte ich jetzt nicht. Die kannst du auch haben. Die kannst du alle haben. Ähm. Den kannst du haben. Der ist schön schwer. Die brauche ich. Den kannst du schon gar nicht mehr tragen. Okay. Also, wie ihr seht, äh, was war ich? Stufe 33, ähm, ich kann schon einiges tragen hier. Ich hab schon einiges geskillt. Ich mach auch einhändig, hab aber auch ein bisschen zweihändig geskillt. Bin also eher der Tank als, äh, irgendwas anderes. Hab aber auch ein bisschen Magie gemacht. Und, äh, Schlösserknacken, alles mögliche. Äh, also, äh, ich weiß nicht, wie man das nennen mag. So, warte mal. Was kann ich denn noch alles geben? Das brauche ich hier nicht. Nee, das möchte ich noch mal gucken, ob ich das entzaubern kann. Ich glaub, das reicht, ne? 327 ist gut. Ihr geht vor, ich folge. War klar. Ähm, hab ich den schon gelootet? Also, die abgeschworenen Falle nehme ich gerne. Den hatte ich schon, ne? Ich muss so aufpassen, der Hund, der hat mich echt schon ein paar Mal fast irgendwo runtergeschmissen. Den werde ich auch bei nächster Gelegenheit irgendwo zurücklassen, wo ich ihn dann vielleicht wieder finde. Vielleicht. Ich weiß nicht, man muss ja hier anscheinend nicht alles machen und wenn... Das kann ich gar nicht alles... Oh, wie? Oh, Mann. Genau. Noch mehr? Ah, machen wir nicht. Oh, der hat, ähm, okay, das ist nicht so witzig. Da hat, glaub ich, irgendjemand Pfeil und Bogen. Aber, wir looten mal erstmal in aller Ruhe. Ach, das lohnt nicht, den Kram mit deinem... Gnade! Oh, scheint doch nicht so schlecht zu sein, der Hund. Wie jetzt, Gnade. Ach, ist sie jetzt an mir vorbeigelaufen? Was? Wieso hat Lydia denn... Das trifft sich gut. Ich bin nämlich einer. Wow, hat funktioniert? Ne, hat nicht funktioniert. Scheiße. Wow. Scheiße, ich brenne. Ja, dann tu's doch. Mann, lass mich doch nicht alles alleine machen, Lydia. Nun bleib hier. Hallo. Warte, was ist denn da? Wow. Sehr schön. Hat funktioniert. Bist du... Ja, ich bist du nicht. Okay, lass mich mal eben gucken. Ich denke mir mal, wenn ihr das jetzt hier guckt, Skyrim, das angeklickt habt, wofür ich euch wirklich dankbar bin, wisst ihr sowieso vieles über das Spiel, wahrscheinlich mehr als ich. Deswegen brauche ich hier nicht mehr großartig zu erklären, was die Schreie anbelangt, ähm, ich trage... Seid ihr zum Sterben bereit? Ich trage das Amulett für Talos, das heißt, ich kann auch schneller Schrei hintereinander benutzen, was wirklich praktisch ist. Ich habe versucht, es zurückzugeben, hat irgendwie nicht funktioniert, weil es scheint irgendwie... Das brauche ich gar nicht mehr. Es ist doch ganz schön buggy manchmal, das Spiel. Also ich habe hier schon Abstürze gehabt, ich habe Spielstände nicht mehr laden können. Boah, was erzähle ich euch da? Ihr werdet sicherlich schon genügend Erfahrung mit dem Spiel gemacht haben. Also mir macht es Spaß. Ich habe es relativ... Mir erst relativ spät gekauft. Ähm... Aber es macht wirklich Spaß. Und wenn es vielleicht für viele langweilig geworden ist, das zu spielen... Ja, muss ja jeder für sich selber wissen. Also ich mache es gerne und hatte jetzt auch wirklich mal wieder Lust darauf, das zu spielen. Och, eigentlich ist das hier überflüssig, weil das ist dieses... Wie hieß das? Rotadler-Dingenskirchen habe ich hier tatsächlich schon mal gemacht. Ich weiß nicht, warum das jetzt alles wieder... ...mit abgeschworen und voll ist. War hier noch irgendwas zu entdecken? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, wir haben jetzt alles. Und da oben war ich auch schon. Also keine Ahnung, warum mir jetzt wieder welche rumlaufen. Ähm, nehme ich auf? Ja, nehme ich. Gut. Ähm. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was soll's. Gucken wir halt nochmal nach. Vielleicht finden wir was Neues. Was war das? Was war das? Ja, das hatten wir alle schon mal. Ich wusste es. Komm schon. Äh, oh, wow. Doch. Ja, ich hab's geschworen. Aber ich hab's geschworen. Aber ich hab's noch mal. Das hatte ich echt alle schon. Ich weiß nicht, was... ...was jetzt hier anders sein soll. Keine Ahnung. Ich mach's mit. Auch eine gute Gelegenheit, da wieder reinzukommen in das Spiel. Nimm mal mit, nimm mal mit. Und... Oh, 16. Nimm mal mit. Uh. Uh. Ja. Also zum Verkaufen taugt's allemal. Hier oben war, glaub ich, auch noch ein bisschen was, ne? Nee. Ist das doch anders? Also ich war hier schon. Hab hier alles schon gemacht. So etwas hab ich noch nie gesehen. Lautlosigkeit. Nee, das ist, glaub ich, neu. Das hab ich auch noch nicht gelesen, das Buch. Oh, nee. Oh. Das habt ihr bestimmt auch schon oft gehabt. Und hast es bestimmt genauso wie ich. Wie die Pest. Du gehst in einen kleinen Raum rein und kommst nicht mehr raus, weil hier irgendjemand vor dir steht. Aber dadurch, dass deine Begleiter ja nur Schaden nehmen können, wenn man ihnen was tut. Oh, cool. Ich erkläre mich jetzt zum König dieses Lagers. Und der Köter, aber der nervt nur. Oh, der nervt. Mann, nervt der. Nee, den wollte ich auch gar nicht ansprechen. Ich will da aufstehen. Ich will weg hier. Danke. Oh, Mann. Ich will doch einfach nur wieder ein bisschen Skyrim spielen. Ich will da aufstehen.